Ich bin jetzt da, gehen jetzt mal rein. Hallo, Polizei? Polizei, ist hier jemand? Polizei, ist hier jemand? Ja, wir sind wieder frei. Jetzt haben wir einen Lagenabschlag zu machen. Morgen. Hi, Doc. Tja, also. Der Kollege wurde nur 43 Jahre alt. Er ist vom 17. Revier. Er heißt Jürgen... Arndt. Jürgen Arndt, wir kennen ihn. Wir haben schon einige Einsätze zusammengefahren. Der Einsatz war leider tödlich. Ist ein glatter Durchschuss. Muss aus nächster Entfernung abgegeben worden sein. Was hat er denn hier gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe dir eine Ahnung, wieso die Kollegen hier waren. Jemand hat einen Notruf abgesetzt. Sag mal, warum muss denn der Kollege das ganze Programm über sich ergehen lassen? Ist ja in Schulzeit ebenfalls geschossen. Kann nicht ausgeschlossen werden, dass er den Kollegen erwischt hat. Oh Mann. Dann reden wir mal mit ihm. Hey, Sven, Junge. Tut mir leid. Was ist denn passiert? Jürgen und ich war nach der Nachtschicht in der Schenke, um in der Siegbergstraße, um unseren Dienst abklingen zu lassen. Als der Notruf in der Leitstelle reinkam, dass das Jugendliche angeblich eine junge Frau belästigen. Und ihr habt dann gleich übernommen, ja? Ja, die Schenke ist ja gleich ums Eck. Wir sind dann schnell her und auch sofort rein. Und Jürgen ist voran. Ich bin ihm hinterher. Und dann fiel der Schuss. Hast du gesehen, wer geschossen hat? Der Schuss kam von da hinten. Ich habe sofort zurückgefeuert, aber der Schütze war schon weg. Und ich wollte mich dann zuerst um Jürgen kümmern, aber ich konnte ihm auch nicht mehr helfen. So, sag mal Sven. Also, du bist mir nicht übel. Kann es vielleicht sein, dass du versehentlich, also... Auf keinen Fall. Kümmert euch doch lieber mal um die Typen, die uns das Leben schwer machen. Was sind die Typen? Na, die, die die falschen Notrufe absetzen. Und dann auf uns warten, wenn wir da sind, dass er über uns herfallen kann. Ja, ich habe es in den Tagesberichten gelesen. Ja, aber bisher ist immer alles einigermaßen glimpflich ausgegangen. Aber jetzt... Jetzt hat es Jürgen erwischt. Das wäre nicht versprecht, aber wir werden die Sache aufklären. Danke. Soll ich das nur Jürgens Frauen, die uns einem Sohn erklären? Nee, das übernehmen wir ja. Na, Unfall gehabt? Äh, nee. Das ist nur eine alte Karte. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das ist mein Kollege Naseband. Mein Name ist Kras, wir sind von der Kriminalpolizei. Du bist Marcel, richtig? Ja, warum? Marcel, wir würden uns ganz gerne mit dir und deiner Mutter unterhalten. Ist sie da? Ja, okay. Ja, Frau, und es ist etwas sehr Schreckliches passiert. Ihr Mann ist vor circa einer Stunde verstanden. Weißt du, dann ist wirklich sehr leid. Aber das geht's nicht. Wie ist es passiert? Er starb durch eine Schussverletzung während deines Einsatzes. Haben Sie dieses Schwein? Hä? Noch nicht. Wir tun natürlich alles, um die Sache so schnell wie möglich aufzuklären. Was ist mit diesen Drecksarschlöchen? Die Polizisten angreifen. Das waren sicher die. Das ist zu früh, das zu sagen, aber wir werden natürlich auch in diese Richtung ermitteln. Ja, bitte. Danke euch. Fühlt bestimmt ein schöner Kranz. Ja. 43 Jahre. So schnell kann's gehen. Allerdings. Netter Kollege war das. Ich hab neulich nur im Flur mit ihm gequatscht. Sag mal, soll ich Robert Bescheid sagen? Der kannte den noch auch. Quatsch. Der ist im Urlaub, stört ja nicht. Der erfährt das noch früh genug. Ich hab mir übrigens mal die Akten angesehen. Das waren in den letzten zwei Wochen drei Überfälle auf Kollegen. Ja, ich hab's auch schon durchgeguckt. Alles sehr brutal. Und immer drei Täter. Ja. Aber leider haben wir keine Ermittlungsansätze. So, das sehe ich anders. Die Einsatzorte, an denen das passiert ist, waren immer leerstehende Gebäude oder Parks. Also abgelegene Orte. Ja und? Was willst du jetzt machen? Wir sollten eine Bereitschaft einlegen. Immer wenn ich Kollegen Einsätze zu solchen Orten kriege, dann hängen wir uns einfach dran. Versuch ist es wert. Das ist die stillgelegte Papierfabrik. Der perfekte Ort, um Kollegen aufzumischen. Das ist die stillgelegte Papierfabrik. ACANSPARarle Los, los! Los, los! 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 Los, los! Los! Lass mich doch mal aus! Lass mich doch mal aus! Hey! Kuang mit den году bin! Ey! 反正 gut! Komm her! Esse! kass Vitamin darein! Profit Kassler hat mich auf gently! Hey! So, mein Freund, das Spiel ist aus, Freundchen. Bin ich dein Freund? Wir haben Glück. Los, komm her. Floss her. Das wird ganz schön eng für dich. Verdammt, ey, Junge. Ich hatte eine schwere Kindheit. Da krieg ich eh Bewährung. Was kriegst du? Ein Scheißdreck kriegst du. Ein Notfallbord täuschen und dann die Polizei rufen und sie dann überfallen. Ja und? Ist doch nichts passiert. Nichts passiert? Bei eurem letzten Überfall ist ein Kollege von uns gestorben. Wovon redest du, Mann? Von einem Schlag auf die Nuss ist noch niemand gestorben. Schlag auf die Nuss? Dir geht's doch um Schuss, du Vogel. Also wo ist die Waffe? Hä? Welche Waffe? Wir haben niemanden erschossen. Ja, ist schon klar. Wo warst du denn heute morgens um sechs? Da ist es passiert, oder was? Raus mit der Sprache, Mann. Tja, dann sind wir wohl raus aus der Diskussion, ich und meine Jungs. Hatten wir nämlich einen kleinen Streit, ne? Einen kleinen Streit, ja? Und wo war der kleine Streit? Vom Blue Garden District, kennste? Es gab sogar eine Anzeige, weil die Türsteuer die Polen gerufen haben. Damit sind wir von raus aus der Geschichte. Das checken wir, mein Freund. Was denkst du, glaubst du, die Jugendlichen war es? Ne, ich glaub nicht. Warum sollten die auf einmal eine scharfe Waffe benutzen? Ja, was weiß ich denn? Weil ihnen ein Baseballschläger nicht mehr reicht? Naja, das glaub ich nicht. Ich tipp da eher immer auf den Trittbrettfahrer. Die Jungs haben die Überfälle gestanden. Alle bis auf den einen. Ja, bei dem einen geht's ja auch um Mord. Sie waren's aber wirklich nicht. Das Alibi der 3 hat sich bestätigt. Das hab ich mir schon fast gedacht. Ich hab mir übrigens noch mehr Gedanken gemacht über den Tatablauf. Und ich bin mir ganz sicher, dass Jürgen ganz gezielt Opfer dieser Tat geworden ist. Was meinst du denn das? Na, überleg doch mal. Sven und Jürgen waren seit Jahren Streifenpartner. Und seit Jahren sind sie nach dem Dienst in die Schenke gefahren. Also zumindest so gut wie immer. Um runterzukommen vom Dienst. Verstehe. Der Tatort ist ganz in der Nähe von der Schenke. Wer auch immer den Notruf abgesetzt hat, hätte sich schon denken können, dass Jürgen und Sven da hinkommen. Leute, euch ist aber schon klar, dass wir den Täter dann im Jürgens persönlichen Umfeld suchen müssen. Ja, genau. Und ich hab da auch schon ganz heiße Kandidaten. Hier. Diese Fotos waren auf Jürgens Handy. Das ist kein Sock, aber ich... Sven hatte ein Verhältnis mit der Frau seines Partners? Mhm. Und wie gesagt, die Fotos waren auf Jürgens Handy. Das heißt, er muss das gewusst haben. Ach komm, deswegen bring den doch nicht gleich um. Schon vergessen, Sven ist ein Kollege von uns. Ja und? Die Fotos sind ja wohl eindeutig. Außerdem ist das die erste heiße Spur, die wir haben. Nee, da gibt's noch eine. Vor sechs Monaten gab's einen Banküberfall. Und Jürgen hat einen der Bankräuber erschossen. Also dem sollten wir auf jeden Fall auch nachgehen. Jürgen Arndt wurde definitiv nicht mit einer 9mm-Standardwaffe der Polizei erschossen. So viel steht fest. Das ist schon mal gut. Ja, und da die Kollegen von der Spurensicherung da an dem Mauerwerk eine Patrone aus Sven Schulzes registrierter Waffe gefunden haben, kann er nicht der Täter sein. Sven könnte eine zweite Waffe dabei gehabt haben. Also, warum sollte er das tun? Warum sollte er seinen Partner töten? Doch, es gibt Hinweise darauf, dass er was mit der Frau des Toten hatte. Also schön langsam muss ich dich mal fragen, ob du irgendwas gegen Sven hast. Für dich kommt immer bloß Sven als Täter in Frage. Nicht nur, aber auch. Gerrit, wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das ist unser Job. Also dann frage ich mich, wie er das alles organisiert haben soll. Jürgens Frau könnte zum Beispiel den Notruf abgesetzt haben. Und dann hat Sven ihn erschossen. Natürlich, und dann hat er einen zweiten Schuss abgegeben aus seiner Dienstwaffe, um später die Schmauchspuren an seiner Hand erklären zu können, oder wie? Möglich. Was mit der Tatwaffe? Ach, die hat er entsorgt, bevor die Kollegen eingetroffen sind. Das ist ein Unsinn. Also dann, dann, dann müsstet ihr doch diesen Notruf auf Band haben, oder? Ach, die Stimme ist verzerrt worden. Also dann hoffe ich mal, dass du nicht recht hast, Alex. Das hoffe ich ja auch. Das hoffe ich ja auch. Mal schauen.